Hallo liebe Freunde, ich bin der Edgar von Großerwein. Wir sind jetzt bei AWAS in Deutschland vertreten, bei unserem neuen Händler. Und ich darf euch einen Wein vorstellen, den wir vorgestern abgefüllt haben, ganz frisch. Das ist hier der gemischte Satz, 2020, aus dem großartigen Jahrgang 2020. Das war ein etwas kühlerer Jahrgang, deswegen ist die Säurestruktur sehr üppig ausgefallen, was dem Wein aber sehr gut steht. Man hat in der Nase feine Fruchtaromen, die in Richtung Mango gehen, Apfel, Schalen davon. Am Gaumen ist der Wein sehr frisch, er strahlt richtig, die Fruchtaromen setzen sich am Gaumen fort und der Abgang ist auch sehr belebend. Ich wünsche euch mit dem Wein viel Spaß und hoffe, wir sehen uns bald. Ciao.